hallo da bin ich mal wieder schneller als gedacht und zwar habe ich mir noch was besorgt in sachen siko und zwar haben wir hier einmal ein fendt 939 das ist die neue variante mit den der pistolen fernsteuerung dazu gab es noch ein joshkin joshkin hänger weiß nicht wie man das ausspricht ist natürlich auch ferngesteuert ist auch ziemlich schwer ziemlich massiv der ganze unterbau ist metall oben natürlich kunststoff man so einen klinken anschluss wo das ganze dann gesteuert wird über den traktor über die batterien quasi einen coolen eindruck wir werden aber gleich mal testen wie das ganze funktioniert dann gab es noch dazu ein holaras schiebeschild das ist glaube ich für mais und noch so ein adapter das ist komplett aus metall das alles mit teil das kann man auch schieben das kann man dann vorne und hinten dran machen fand ich ganz witzig und ja kommen wir zum hauptding der traktor haben wir hier eigentlich wollte ich ein lkw aber der lkw wollen wir dann doch zu teuer das wird zurzeit auch ein angebot für 219 oder sowas aber dachte ich 400 euro ist ausgeben das habe ich billig bekommen das komplett zugeschweißt noch die anderen zwei sachen sind wohl gebraucht aber man sieht nichts sieht aus wie neu also alles supi ja also vor funktion 2,4 gigahertz wieder andere proportionale lenkung fahrlicht rücklicht zwei antriebsmotoren der ganze kompatibel mit sico former modellen also diese modelle die nicht ferngesteuert sind datenschnittstelle schnittstelle zusatzgeräte das ist diese klinke was ich meinte es werden benötigt fünf batterien drei im traktor und zwei in der funke wie haben wir einen normalen an ausschalter wie sieht man dieses akkufach im traktor selbst hier vorne kann man das ganze manuell das früher bei den älteren modellen ging das auch über die fernsteuerung bei den neuen traktoren oder ich weiß nicht ob das die alten wechseln aber das ist jetzt so die einstiegs variante mit der pistolenfernsteuerung und da ist das ganze manuell gemacht vorne und hinten aber stört mich jetzt nicht so hinten haben wir die obligatorische bedienungsanleitung haben wir hier den traktor ich finde das immer faszinierend die sehen so klein und leicht aus aber sie sind echt schwer die modelle und dann haben wir hier die funke fühlt sich an wie so eine rtr funke von horizon hobby oder sowas und hier haben wir den traktor pendel achse von kann man sind zu einem aus klinken ebenso wie immer noch gleich mal die kamera immer noch gleich mal hier etwas an zu hängen das ist ach so das ist glaube ich so ja genau so das machen muss so und dann das hier drüber gestimmt so und jetzt hängt das ganze das schild und so kann man es dann aufstellen wenn man hier in den hebel zieht so ist so es ist es in der luft und es fällt auch wieder runter okay dass man das hinten müsste das genauso funktionieren so ähnlich zumindest hinten hält so zack runter auf dem boden zack hoch vorne keine ahnung da mache ich irgendwas falsch es geht das weiß ich und ja hier oben haben wir noch eine schutzfolie drauf sehr schön weiß das ganze und ich würde sagen wir widmen uns mal der batterie hin ich nehme also wieder meinen kleinen schraubenzieher so das kleine fach raus machen das ganze mal an der funke auch noch um euch natürlich auch zu testen zu zeigen wie das ganze aussieht wenn es im betrieb ist natürlich auch gleich noch mal den bagger im vergleich bin ich jetzt blöde ist ok hier kommen nur kleine rein zack und zack hier kommen drei stück rein wäre natürlich schöner wenn das wie bei den lkw ist oder so mit akkus wäre aber gut kann man sich ja auch wieder aufladbare batterien kaufen sollte ja nicht das problem sein mich stürzt ist nicht unbedingt klar wäre es schöner aber naja man könnte das sicherlich auch umbauen auf lipo oder so denke nicht dass da irgendwie ein problem geben sollte oder halte inner loops oder so da tut sich schon was ihr seht schon die lichter leuchten von ebenso ist machen wir mal die funke an und es leuchtet dauerhaft jetzt haben wir hier noch zusatzfunktion da passiert nichts da passiert auch nichts das ist für den hänger danach ihr seht überhaupt nichts ich bin auch hell auch ein schönes kleines modellchen ich zeige euch jetzt nochmal den bagger im vergleich zu dem traktor und dann seht ihr was ich meinte mit dass das ein bagger für die grube ist äh für den steinbruch und deswegen ist der halt auch im maßstab so riesig das habe ich mir aus Versehen angemacht machen wir wieder aus wir können jetzt ja mal den hänger anhängen um mal zu testen machen wir mal die Anhänger runter so wieder hoch wo ist jetzt der Anschluss da so und jetzt kann man mit Minus und jetzt lädt der eigentlich ab aber irgendwo hängt es achso achso man muss gedrückt halten ok und so würde man abladen theoretisch auf Minus dann wieder runter und das war's vorn tut er natürlich auch die Hänger steht hier natürlich alles ein bisschen weg natürlich grad hier ein bisschen bisschen eng muss ich mal kurz helfen der Hänger hat übrigens auch nicht das ist jetzt auch gerade und jetzt kann man sich hier beladen lassen die rundum leuchten gehen leider nicht aber ja gut so jetzt kann man den ganzen kleinen Kerl wieder ausmachen zack dann macht man die Funke aus zack dann hat sich das Ganze schon erledigt ich finde auch wieder viel Metall also am Hänger wie gesagt ist der Unterbau komplett Metall ich mache mal schnell nochmal ab wie sagt die etwas preis höheren Traktoren haben mehr Funktionen wie kann man jetzt noch schön runterleihen den Standfuß seht ihr das überhaupt wir fahre jetzt Standfuß da hat man eine kleine Gurbel gucken wir uns den Krebel doch mal oh ich habe vergessen die Blinker aus äh die Blinker sag ich schon seitenspiegel auszuklappen so also ist doch echt ein schönes Modell kann man nicht anders sagen ist echt ganz witzig wie gesagt bei den größeren kann man dann auch hier ein Licht einstellen wie beim Bagger quasi wo man verschiedene Lichtmodi hat das kann man hier auch machen dann kann man hier hinten das hier elektrisch hoch und runter fahren per Fernsteuerung und ja ist natürlich schöner wenn man da keine Hand anlegen muss aber ja gut es gibt weiß Gott schlimmere Sachen tja da würde ich sagen das war's von meiner Seite aus mal sehen was jetzt noch kommt in der nächsten Zeit ähm und ja bis zum nächsten Mal ciao